Endlich wieder Weltklasse Leichtathletik in Berlin. Beim Eastdorf Indoor sind am Freitag zahlreiche Topstars der Szene in der Mercedes-Benz Arena mit dabei. Unter anderem auch Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. Sie war schon vergangene Woche beim Eastdorf Indoor in Düsseldorf am Start. Mit 6,74 Meter hatte ich den besten Einstieg in der Hallensaison jemals für mich erreicht. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass ich auch morgen sehr gut und sehr weit springen kann. Auch wieder mit am Start ist Stabhochspringer Torben Blecht, der derzeit in absoluter Topform ist und beim Eastdorf in Düsseldorf seine Hallenbestleistung um 14 Zentimeter steigerte. Es ist ein Privileg, Wettkämpfe auf dem Niveau machen zu dürfen bei so Weltklasse Feldern. Deswegen sind wir froh darüber, dass wir springen dürfen. Ich glaube, da kann man in der Situation auch auf die Zuschauer verzichten. Denn die fehlen aufgrund der Corona-Pandemie diesmal. Das Eastdorf Indoor führt trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Wettkampf durch. Ich glaube, es ist extrem wichtig, einen Leuchtturm zu setzen, ein Zeichen zu setzen für die Leichtheit, für den Sport an sich. Und wir haben es ja gerade auch schon bei den Sportlern gehört. Die Sportler brauchen einfach diese Wettkämpfe auf dem Niveau. Und insbesondere im Olympia-Jahr 2021 ist das unerlässlich, um wirklich im Sommer gute Leistungen zeigen zu können. Wir sind die Sportmetropole und auch als Sportmetropole wollen wir Signale setzen, dass Berlin noch da ist. Es ist nicht ganz einfach, in der Zeit jetzt über solche Veranstaltungen nachzudenken und solche Veranstaltungen auch auf die Spur zu setzen. Insgesamt werden Wettkämpfe in sechs Disziplinen ausgetragen. Das ZDF zeigt das Eastdorf Indoor ab 17.20 Uhr im Livestream.